Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1697. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und das Frühjahr ist ja nun wirklich überall ausgebrochen, überall grünt und blüht es. Es ist nicht mehr zu befürchten, dass nochmal ein Winterrückfall kommt. Und viele Menschen treibt es in die Natur. Und manche möchten in der Natur nicht nur rumlaufen oder mit dem Fahrrad rumfahren, sondern möchten sich selbst ein bisschen einbringen. Und das machen sie mithilfe ihres Kleingartens. Es gibt Menschen, die finden Gefallen daran, ein bisschen was anzubauen, ein bisschen zu häkeln, alles schön geradezuziehen, sich dann zu freuen, wenn die Sachen austreiben oder dann das eigene Obst und Gemüse zu ernten. Eine wunderbare Sache. Aber die hat einen kleinen Haken, denn nicht jeder kann einen Kleingarten haben. Hier in Hamburg gibt es lange Wartelisten, weil ich habe es im eigenen Freundeskreis erlebt. Leute, die gerne einen Kleingarten pachten wollten, mussten zum Teil Jahre warten, bis sie dann dran waren. Und was hat man von so einem eigenen Kleingarten? Natürlich ist es ein schönes Rückzugsgebiet, wenn man am Wochenende mal sich aus der Welt ausklinken möchte. Manche lassen sogar dann ihr Handy zu Hause und gehen in den Kleingarten, um da zu relaxen, an nichts denken zu müssen, außer nur an die kleinen Pflänzchen und ans Gießen und was so noch alles dazugehört. Und so ein Kleingarten mit einer kleinen Gartenlaube drauf ist ja auch ganz schön, aber er verpflichtet auch. Und für alle, die das nicht möchten, gibt es etwas, was ich persönlich noch nicht kannte, aber durch Zufall am Wochenende bei einer Radtour entdeckt habe. Bin also an einem kleinen Fluss entlang gefahren, in der Nähe des Nienhofer Geheges, das ist also ein Naherholungsgebiet hier in Hamburg. Und da habe ich dann ganz viele Leute auf dem Feld gesehen. Ja, ein ganz normales Feld, so sah es von Weitem aus, wo zahllose Leute unterwegs waren und da scheinbar planlos rumliefen. Bin dann also mit dem Fahrrad da hingefahren, um es mir genauer anzugucken und habe dann da gesehen, was es ist, nämlich ein Saisongarten. Saisongärten sind abgesteckte Felder auf einem großen Feld. Ein Bauer hat also ein Feld, der Bauer, der heißt Ramke in dem Fall. Und auf diesem Feld sind dann so kleine Quadrate abgesteckt. Die haben entweder 40 Quadratmeter oder 80 Quadratmeter. Und da kann man dann von April bis Oktober seinen eigenen Platz mieten und kann darauf machen, was man möchte. Der eine baut vielleicht Obst und Gemüse an. Ein anderer baut Blumen an. Und was man, keine Ahnung, sonst noch alles anbauen kann, auf einem Stück Land. Man zahlt dafür entweder 99 Euro für die kleine Variante oder 199 Euro für die große Variante. Man kann da sehr bequem mit dem Fahrrad hinfahren. Man braucht nämlich keine Gerätschaften. Die werden dort zur Verfügung gestellt. Es ist also ein Schuppen, ein Metallschuppen, der da mitten auf dem Feld steht. Und da kann jeder ran, der eben da zu den Mietern oder Pächtern gehört. Und dann kann er sich da seine Hake oder sein Pflanzholz oder was er so braucht rausholen. Und dann habe ich da auch so ein paar Leute näher gesprochen, angeschnackt sozusagen, was die da so treiben. Teilweise hatten die Excel-Tabellen sich erstellt, wann sie was anpflanzen, sodass sie auch kontinuierlich was ernten können und das nicht alles auf einmal fertig ist. Weil kein Mensch braucht ja zehn Salatköpfe an einem Wochenende, sondern lieber an jedem Wochenende einen. Und sehr, sehr witzig die Geschichte, wollte ich euch empfehlen, wenn ihr also kleingärtnerisch veranlagt seid, aber ihr entweder keinen eigenen Garten bekommen könnt, weil es einfach eine zu hohe Nachfrage gibt oder auch vielleicht keinen Volt, weil es zu verpflichtend ist, dann ist so ein Saisongarten einfach ganz cool. Kann man ja ein Jahr lang mal üben, ob man da auch wirklich Ertrag erzeugen kann auf diesem Stückchen Land oder auch nicht. Das ist also mein erster Tipp für heute. Und der zweite Frühjahr ist die Zeit des Frühjahresputzes. Viele Leute räumen dann ihre Wohnung einmal richtig auf, gehen mal in den Keller runter und machen dann da ein bisschen sauber und sortieren aus, misten aus, gehen dann zum Wertstoffhof, um alles wegzuschmeißen, was sie nicht brauchen. Aber meine Empfehlung für den Frühjahresputz ist eine ganz andere. Und zwar räumt mal eure Technik auf. Technik ist ja heute so eine Hassliebe in vielen Haushalten. Eigentlich möchte man es nicht haben, weil es Platz frisst, weil überall Dreifach- oder Fünffachsteckerleisten rumliegen. Andererseits möchte man aber auch schnelles Internet in allen Räumen und so weiter. Ich habe hier bei mir umorganisiert und habe mir eine Fritzbox zugelegt. Ich hatte bisher von Kabel Deutschland ein Modem und dazu dann einen WLAN-Router. Und noch dazu natürlich vom Telefon die Basisstation, die ja auch noch irgendwo rumstehen musste. Das alles ist Geschichte. Eine einzige Fritzbox von Kabel Deutschland in dem Fall, aber die kann man natürlich auch im Mediamarkt oder sonst wo kaufen und einfach anstöpseln. Es ist ziemlich einfach, alles zu machen. Da hat man dann wirklich alles in einem Gerät. Und daran wollte ich euch nur erinnern, wenn ihr vielleicht euren Technikfuhrpark ausmisten wollt, wäre das meine empfohlene Maßnahme. Da ist ein Modem bereits drin. Egal ob ein DSL-Modem oder ein Kabelmodem. Die Fritzboxen gibt es in ganz unterschiedlicher Ausführung. Da drin ist eine Telefonanlage versteckt, die eben das Telefonieren mit DECT-Telefonen möglich macht. Oder auch mit anstöpselbaren analogen Telefonen oder ISDN-Telefonen. Das ist da alles schon drin. Der WLAN-Router mit Gästenetzwerk, mit Zeitsteuerung. Wenn man nachts nicht WLAN haben möchte, schaltet es sich dann bei uns zum Beispiel jetzt hier 23.30 Uhr aus und am nächsten Morgen um 8 Uhr wieder an. Alles zeitgesteuert, einmal hinterlegt. Es macht selbst das iPhone zum Mitglied in der Telefonanlage. Wenn man angerufen wird, klingeln also nicht nur die normalen Telefone zu Hause oder das normale Telefon, sondern das iPhone klingelt auch gleich mit. Das hat man ja eh meistens in Körpernähe. Also eine ganz fantastische Sache und das für relativ kleines Geld. Die Modems, die dazu geliefert werden, ob das von der Telekom die Speedport sind oder ob es die Hydron-Modems von Kabel Deutschland sind und was es da noch alles gibt, Die sind bei weitem nicht so leistungsfähig. Da lohnt es sich mal, die 149 Euro zu investieren, um dann echt eine saubere Lösung zu haben. Da steckt nur noch ein Gerät in der Stromsteckdose und gleichzeitig hängt es am DSL-Netz und am Telefonnetz. Also das solltet ihr in Erwägung ziehen. Man kann damit auch Faxe versenden. Somit bekommt quasi jeder, der eine Fritzbox hat, einen Fax-Versender und Empfänger. Und gleichzeitig sind auch noch Anrufbeantworte integriert, mehrere. Wenn man eine Rufnummer hat, kann man das natürlich steuern. Man kann, wenn man mehrere Rufnummern hat, für jeden einen eigenen Anrufbeantworter machen. Das lohnt sich ernsthaft und ist kein Vergleich mit den Sachen, die es meist kostenfrei vom Anbieter dazu gibt, sondern da lohnt es sich ein paar Euro zu investieren und man hat Ordnung und viel mehr Funktionen. Das war es für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann selber heit. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend. Danke, Moin, Mahlzeit oder guten Abend. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend. Vielen Dank.